Also noch mal wer also. Dann wäre er aus dem Panzerschrank über. Und zwar der große säleneintige Möbelwagen getragen hat. Also der hier, der hier flussige Viren hat, also auf dem Möbel. Der wäre dann von hier. Quanzhaos, ja Quanzhaos, müsste der einen auch auf den Brusthaare finden. So glaube ich. Und dann wäre er auch hier durch. Also da kommt er dann auch hier her. Also, das wäre dann von Oku-Ki-Kiaosau von Oku. Was ist das Oku? Naja, lässt sich ja noch mal drüber streiten, was mein Schmerzarzt dazu sagt.